Dieser riesige Hummer-Titan hat das Auge der Heiden. Du musst auch so groß werden, wenn du es ihm wegnehmen willst. Wow, da darfst du nicht mal groß rauskommen! Pass auf, da kommen sie! Oh, oh, man rettet mich besser! Wir dürfen ja nicht in Hilfe, Skylander. Ich bin nicht in Hilfe, Skylander! Ich bin nicht in Hilfe, Skylander! Hui, das war knapp! Wow, das sind aber die fiesenden Schmuck, böse Wichte! Das kannst du laut sagen, Flynn! Die Kerle sind riesig! Hoffentlich kann es der kolossale Kern richten! Da kommen Whiskers mit dem Kern! Mach dir darüber keine Sorgen! Der kolossale Kern bringt dich zu ihm, damit du gegen sie kämpfen kannst! Dann gibt's Titan, ihr recht was auf die Mütze! Wir gehen voraus und halten die Augen auf dem Skylander, aber nicht mit! Oh, jetzt gibt's aber Ärger! Okay, Skylander, der episch große Hungertitan hat das Auge der Alten! Es wird aber nicht leicht, in ihn heranzukommen! Ja, dieser furchtbare Flusskrebs hat sichtlich, sichere Sicherheit durch superstaatliche Seescharken! Und jetzt sagt das Teil mal schnell hintereinander! Wobei! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017